Kip-Hop, strobo, strobo, lange Stange, abzuholen, keine Bange. Sag mal, was hörst du denn da? Dank meinem Bluetooth-Gehörschluss von Stier? Dein Gelaber ist schon mal nicht. Ja, bist du witzig. Was kannst du da hören? Was ich will. Radio oder meine Musik mit dem Handy. Na dann schrei ich einfach mehr und ich kann einfach lauter sprechen.